Die Enquete-Kommission Neue Energie hier im Berliner Abgeordnetenhaus hat weitreichende Klimaschutzziele formuliert. Danach soll Berlin bis zum Jahr 2030 ohne Kohlekraft auskommen und bis 2050 klimaneutral sein. Aus Sicht der Opposition müssen für diese Ziele natürlich richtige Weichen gestellt werden und das werden sie nicht seitens des Senates. Das habe dieser am Dienstag gezeigt, als der Beschluss zur Zukunft der Energienetze formuliert wurde. Das Thema Energiewende stand heute im Mittelpunkt der aktuellen Stunde. Die Aktuelle Stunde begann in seltener Einmütigkeit. So betonten die Energieexperten aller Fraktionen die sachorientierte und erfolgreiche Zusammenarbeit in der Kommission, die seit April vergangenen Jahres den Weg zur Energiewende untersucht hatte. Der jetzt vorliegende Abschlussbericht, der unter anderem kräftige Investitionen für ein klimaneutrales Berlin der Zukunft empfiehlt, sei mit nahezu hundertprozentiger Zustimmung aller Beteiligten zustande gekommen. Doch bei einem Punkt war dann sehr schnell Schluss mit der Einmütigkeit. Während die Kommission gegen die Stimmen der CDU-Teilnehmer dem Senat eine Rekommunalisierung der Energienetze nahelegt, entsprach dieser dem Willen der CDU-Fraktion und daraus machte diese heute auch keinen Hehl. Nur die inzwischen obsoleten Rekommunalisierungsempfehlungen der Kommission spiegeln nicht die sachlichen Argumente in der Kommissionstätigkeit wider, sondern wurden politisch mit teilweise sehr, sehr knappen Mehrheiten entschieden. Ein eindeutiger Auftrag, lieber Herr Kollege Wolf, lässt sich daraus jedenfalls nicht ableiten. Wir haben daher als CDU-Fraktion ein entsprechendes Sondervotum abgegeben, dem der Senat jetzt auch einstimmig gefolgt ist. Wir haben als CDU-Fraktion immer gefordert, Kooperation statt Konfrontation mit den privaten Versorgern und wir haben uns damit durchgesetzt. Mit einer SPD-Fraktion, die sich über den Tisch gezogen fühlt, im Rücken war Umweltsenator Andreas Geise in Erklärungsnot. Der Senat hat am Dienstag dem Finanzsenator einen Verhandlungsauftrag erteilt. Der Senat hat ja nicht den Beschluss gefasst, wie das Ergebnis der Verhandlungen sein wird, sondern wir haben einen Verhandlungsauftrag erteilt mit einem Verhandlungsziel, das benannt worden ist. Und 51 Prozent bei den Gasnetzen ist verbunden mit einer unternehmerischen Führerschaft an dieser Stelle. Und meine Damen und Herren, vorhin ist hier von mehreren Reden der Oppositionen gesagt worden, beim Stromnetz ginge es nur um 50 Prozent. Nein, eben nicht. Sie haben den entscheidenden Teil vergessen oder hier jedenfalls nicht genannt. Zunächst 50 Prozent, verbunden mit der Option, in einigen Jahren weitere 50 Prozent dazu zu bekommen. Und an dieser Stelle hätten wir auch beim Stromnetz zweifellos die Rekommunalisierung geschafft und die Unternehmensführerschaft erreicht. Jeder neue Weg beginnt mit einem ersten realen Schritt. So auch hier. Ein Schritt, der aus Sicht der Opposition in die falsche Richtung geht. Zumal der Senat mit dem Bericht der Enquete-Kommission jetzt ein Handwerkzeug habe, mit dem die Energiewende funktionieren können. Also, so ein Bericht kann zwei Schicksale haben. Das eine ist, er kommt ins Regal und verstaubt. Und das zweite ist, er kommt in die Umsetzung. Und das ist natürlich das, was wir uns als Parlament wünschen. Ein solches Geschenk an den Senat hat keine andere Landesregierung in Deutschland bekommen. Einen so weitgehenden Konsens aller Fraktionen, dass wir raus aus der Kohle wollen in Berlin bis spätestens 2030, dass wir ganz konkrete Maßnahmen vorgeschlagen haben, zum Beispiel zur Regulierung der Fernwärme, wie das Land Berlin selber die eigenen Gebäude energetisch modernisieren kann, wie es Jobs im Handwerk schaffen kann. So etwas hat nur dieser Senat hier bekommen. Und jetzt erwarten wir vom Senat, dass er dieses Geschenk nimmt und umsetzt. Da ja alle Fraktionen dieser Kommission vertreten waren, muss man ja davon ausgehen, dass das auch umsetzbar ist, egal wie der Senat zusammengesetzt ist. Sollte man davon ausgehen. Aber die Probe steht noch aus, ob den Worten in dem Bericht auch wirklich die Taten folgen. Und ich glaube, Herr Schäfer und ich, wir sind uns einig, dass wir auch in dieser Legislaturperiode noch versuchen werden, über verschiedene Anträge auch hier schon konkrete Maßnahmen in dieser Legislaturperiode in die Umsetzung zu bringen. Da gibt es ja eine ganze Menge, angefangen von der Haushaltsberatung jetzt, wo es darum gehen muss, dass ausreichende Finanzmittel für die energetische Sanierung öffentlicher Gebäude bereitgestellt werden. Dass ausreichende Finanzmittel für eine Kapitalausstattung des Stadtwerks, dem wir im Bericht der Enquetekommission umfassende Aufgaben zur Verfügung aufgeschrieben haben, dass diese finanzielle Ausstattung auch stattfindet. Und das wird sich dann beweisen müssen, ob das, was in dem Schlussbericht der Enquetekommission steht, nur warme Worte sind oder ob dem jetzt auch reale politische Handlungen folgen. Ich greife mal die energetische Sanierung raus, weil Stadtwerk und Energienetze kommen wir gleich nochmal zu sprechen drauf. Herr Schäfer, sehen Sie da momentan also nicht genügend Mittel einbestellt für die Sanierung öffentlicher Gebäude, für die energetische? Wir haben einen Sanierungsstaub bei den öffentlichen Gebäuden von ungefähr 8 Milliarden Euro. Da ist ein Teil von energetisch. Und wir haben das Problem, dass sich diese Investitionen zwar bezahlt machen würden, gerade bei den Energieeinsparungen, denn die Energieeinsparung spart ja dann auch später Geld ein, aber dass wir im Moment die Mittel nicht haben, das erstmal umzusetzen, um dann später das Geld zu sparen. Und deshalb haben wir als Enquetekommission vorgeschlagen, dass diese Vorfinanzierung das Stadtwerk machen könnte, dafür auch eigene Kredite aufnehmen kann. Und dann könnte dieser Prozess endlich in Gang kommen, der derzeit einfach daran scheitert, dass das Land die Ursprungsinvestitionen nicht in die Hand nimmt. Herr Wolf, kommen wir auf die Energienetze zu sprechen, denn das fiel ja auch zeitgleich quasi zusammen, der Beschluss der Enquetekommission und der Beschluss des Senats jetzt in Verhandlungen zu gehen. Warum, glauben Sie, ist hier wirklich massiv eine Chance vertan worden aus Ihrer Sicht? Nun, mit dem Beschluss des Senats begibt sich der Senat in die Hände von Wattenfall. Er will eine Partnerschaft mit Wattenfall eingehen, zu 50-50. Das heißt, der Senat hat keinen bestimmten Einfluss auf die Stromnetze. Obwohl das doch letztlich Verhandlungssache ist, zumal ja die Option besteht, dass mehr aus diesen 50 werden soll. Und diese Option wird jetzt schon festgeschrieben. Ja, das glauben Sie vielleicht oder der Senat. Ich glaube das nicht. Wenn der Senat mit der Zielsetzung reingeht, zu 50-50, dann ist das keine Mehrheitsposition. Der Senat wird nicht die unternehmerische Führung bekommen. Und diese Option, da will ich erst mal sehen, ob die von Wattenfall gegeben wird. All das, was man hört, ist, dass man irgendwie unverbindlich sagt, dass im Jahre 2023 noch mal miteinander geredet wird. Aber eine wirkliche Option würde ja bedeuten, dass nach so und so vielen Jahren das Land Berlin das Recht hätte, auf einseitiges Verlangen, den Rest des Netzes zu bekommen und dann 100 Prozent zu erhalten. Das steht gar nicht zur Diskussion. Und das ist auch nicht die Absicht dieses Senats in diesen Verhandlungen. Das halte ich insofern für völlig verfehlt. Das ist eine Verabschiedung von dem Ziel der Rekommunalisierung. Und die Tatsache, dass der Senat ein Patchwork vorschlägt zwischen den verschiedenen Netzen mit unterschiedlichen Eigentümerschaften beim Gasnetz und in der Betriebsführungsgesellschaft und beim Stromnetz, konterkariert völlig die Überlegung und den Vorschlag der Enquetekommission, zu einem integrierten Netzbetrieb zu kommen. Wie sollen sie die Netze zusammenzuführen, wenn sie völlig unterschiedliche Eigentümerverhältnisse haben und ein chaotisches Patchwork von Anteilseignern und Beteiligungsverhältnissen? Herr Schäfer, denken Sie denn, dass die Messe jetzt hier gesungen ist, dass hier also nicht mehr in Ihrem Sinne nachgeregelt werden kann, wenn denn die Verhandlungen erfolgreich laufen zwischen Senat und den Unternehmen? Also wir haben ja heute gehört, dass in der SPD-Fraktion die Unzufriedenheit sehr groß ist. Ich habe die starke Hoffnung, dass wir es hinkriegen, dass zumindest beim Stadtwerk nicht da auch noch E.ON und oder Vattenfall reingenommen werden. Denn dann hätten die da eine Sperrminorität und jede Investition könnte blockiert werden von einem dieser Konzerne. Und wir wissen, die Kreditratings von E.ON ist BB-, die kriegen im Moment kaum Geld. Und die werden jede Investition, die sich langfristig refinanziert, in einem solchen Stadtwerk blockieren. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Das ist aus meiner Sicht Punkt eins. Punkt zwei ist, wir brauchen mehr Investitionen in die Energiewende, weil das auch lokale Wertschöpfung schafft. Deshalb werden wir uns gemeinsam mit allen Oppositionsparteien massiv dafür einsetzen, in den Haushaltsberatungen, dass da nachgebessert wird, dass dieses Stadtwerk endlich von diesem Bonsai-Status aufgewertet wird. Das soll ja nach Plänen des Senats gerade mal sechs Windräder bauen bis zum Ende der Legislaturperiode. Damit ist natürlich keinem geholfen, dass dieses Stadtwerk aufgewertet wird. Und was die Verhandlungen mit E.ON und Vattenfall angeht, da haben wir jetzt erst mal gehört, was der Senat sich wünscht. Und aus meiner Sicht hat er die Rechnung dann auch ohne den Wirt gemacht und außerdem das Falsche bestellt. Ist die Hoffnung auf Unterstützung von Seiten der SPD-Fraktion berechtigt? Der Energieexperte Daniel Buchholz bewertet den Senatsbeschluss zu den Energienetzen auf alle Fälle ähnlich wie die Opposition. Das, was der Senat am Dienstag sich als Verhandlungsposition erarbeitet hat, das zeigt einfach zu deutliche Spuren dessen, was die CDU an Bremswirkung dort auswirkt. Und das ist halt sehr schwierig, wenn wir sagen, eigentlich ist es richtig, die Netze in die Bürgerhand zurückzubekommen, also in das Eigentum der Stadt. Und die CDU sagt, sie will das eigentlich nicht. Und jetzt hat man so einen Minimalkonsens da gefunden, der keinem was bringt. Denn es würde, Sie haben es angesprochen, beim Stadtwerk bedeuten, wir haben gerade ein neues 100% landeseigenes Ökostadtwerk gegründet, die Berliner Stadtwerke. Und warum sollen wir die jetzt, nachdem sie gerade als 100% landeseigenes gegründet wurden und gut anfangen zu wachsen und zu gedeihen, warum sollen wir die in eine private Holding geben, mit Privaten zusammen, dann gehört es eben nicht mehr nur den Berlinerinnen und Berlinern und ist damit dauerhaft gesichert, sondern es ist wieder bei den Privaten, die dort wieder unternehmerischen Einfluss haben. Das wäre ein halber Schritt vor, aber gleichzeitig zwei Schritte zurück. Herr Buchholz, warum sehen Sie eine Partnerschaft mit Unternehmen so kritisch? Warum kann das denn nicht auch positiv sein, wenn hier Know-how aus der Wirtschaft zusammenkommt mit Politik? Nun, wir sehen es gar nicht grundsätzlich kritisch, mit anderen zusammenzuarbeiten. Wir wollen aber das Know-how und den Sachverstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die brauchen wir. Was ist denn ein Unternehmen? Das ist ja erstmal nur eine große Marke und ein großes Schild. Was wir brauchen, sind die Menschen, die dort arbeiten. Und da sind wir bereit, wirklich allen zu sagen, egal ob sie im technischen Bereich arbeiten, bei bisher Vattenfall und bei der GASAG oder ob sie im Kundenservice arbeiten, in den sogenannten Shared Services, also für mehrere Unternehmensteile zuständig sind. Wir möchten euch gerne übernehmen. Wir wollen mit euch zusammen die Energiewende in der Stadt aktiv gestalten. Wir haben heute gerade den Bericht der Enquetekommission Neue Energie für Berlin hier besprochen und verabschiedet. Und da hat sich auch gezeigt, wir haben ganz großen Konsens. Wir müssen deutlich mehr tun, um unseren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Und das können wir mit den Unternehmen machen, aber wir brauchen dafür die Mitarbeiter und nicht irgendwelche Namensschilder. Und deswegen ist es richtig zu sagen, 100 Prozent landeseigene Unternehmen, siehe BSR, vorbildlich aufgestellt, siehe Wasserbetriebe, jetzt wieder 100 Prozent kommunal. Wir konnten die Preise senken. Das ist genau die Blaupause dafür, wie wir es bei den Energienetzen auch machen müssen. Und dann hätten wir eine vernünftige Lösung für alle Berlinerinnen und Berliner. Gut, da komme ich wieder auf die Opposition zu sprechen. Die ist da ja voll d'accord mit Ihnen. Nun hat die SPD-Fraktion, glaube ich, als einzige Fraktion ja die Möglichkeit, das letztlich zu verhindern. Denn also, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind, muss der Beschluss ja auch durchs Abgeordnetenhaus gehen. Und da könnte die SPD-Fraktion mit einer Handhebung klar machen, dass sie da nicht mitgehen will. Glauben Sie, dass das passieren wird? Nun, wir haben schon am Dienstag, da ist es uns ganz frisch vorgestellt worden, von unseren Senatsmitgliedern eine sehr muntere Diskussion gehabt, um das mal in Netze umschreiben, ob das der richtige Weg ist. Diese Diskussion werden wir fortsetzen. Ich habe auch heute im Plenum hier gesagt, dass das sehr unterschiedlich bei uns gesehen wird. Also die Diskussion dazu ist eröffnet. Und schauen wir doch mal, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Stadtwerk, was wir bewusst kommunal gegründet haben, nicht in irgendeine ominöse, halb private Energieplattform verschwinden lassen werden. Das wäre einfach Unsinn. Und das wird auch keiner mitmachen. Und auch beim Strom- und beim Gasnetz werden wir, glaube ich, Rückschritte, wenn man mal einen halben Schritt vormacht, aber gleichzeitig zwei zurück, werden wir Rückschritte nicht mitmachen. Aber wie gesagt, die Diskussion findet noch statt. Die Zukunft der Energienetze ist nicht das alleinige Streitthema zwischen den Koalitionsfraktionen. Auch bei der Regierungserklärung heute von Michael Müller wird deutlich, dass beim Thema Flüchtlinge auch die Meinungen weit auseinander gehen. Die CDU klatschte nicht Beifall. Das war schon ziemlich deutlich. Dagegen gab es viel Lob für den regierenden Bürgermeister von der Opposition. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017